Diese Arbeit habe ich vor etwa 300 Jahren gemacht. Ich zeige Ihnen ein paar Dinge, die ich einfach interessant finde und die mich angeregt haben zu der Arbeit, die ich zurzeit mache. Ich werde das Verfahren beschreiben, Ihnen die Techniken zeigen, werde Ihnen zeigen, wie die Pilze wachsen und dann rede ich über die Philosophie, die hinter dem Ganzen steht. Das ist eine Arbeit eines französischen Silberschmieds und Architekten, der irgendwie zum Symbol, zur Signatur des Barock wurde, indem er Künstliches und Natürliches miteinander verbunden hatte und das hatte einen destabilisierenden Einfluss auf die Welt. Diese Verschmelzung des Technologischen und des Biologischen wurde nicht als Fortschritt im menschlichen Wissen gesehen, sondern eher als eine Warnung. Hier ein Bild von Giger, wie er es für The Alien geschaffen hat, für den Film. Diese Instrumentalisierung der Technologie oder der biologischen Technologie als Gefäß, als Träger, der alles auffrisst, das kann uns sehr viel darüber aussagen, wo wir mit unserer Biotechnologie stehen und welche Ängste diese hervorruft. Ich weiß nicht, was Sie von Monsanto und anderen Mega-Unternehmen halten, die weltweit mit modifizierten Organismen arbeiten. Aber ich glaube, der Konsens ist doch, dass es sich hier um Unternehmensmonster handeln, die alles auffressen und auf diese Weise den Planeten umgestalten, immer den eigenen Nutzen im Sinn habend. Also das war soweit die Präambel. Jetzt zeige ich Ihnen, wie Pilze wachsen. Das ist das Innere eines Baumes, der von einem Pilz aufgefressen wird. Ein Pilz, das was wir Pilz nennen, ist ja nur das Reproduktionsorgan, denn der Pilz lebt ja in der Erde oder in anderen Organismen und verdaut diese. Der Pilz hier ist das weiße Material, das das Holz umgibt, einschließt und verdaut. Das Material wird zerlegt in Zellulose und davon lebt der Pilz. Eine kleine Probe des Pilzes kann in Weizen eingebracht werden. Der Pilz kolonisiert das Material und jede einzelne Zelle wird aufgebrochen, aufgespalten. So sieht das vorher und nachher aus. Pilze wachsen exponentiell. Ein winziges Stückchen Gewebe wird innerhalb eines Monats diesen gesamten Raum erfüllen. Ich habe gelernt, dass man das als Lauf des Pilzes bezeichnet und eigentlich müsste man selbst davonlaufen. Das ist das pasteurisierte Sägemehl, in dem Pilzgewebe eingebracht wurde und Pilze wachsen in diesen Säckchen. Das ist ein SEM-Bild, das zeigt, was die Pilze wirklich machen. Das sind die Pilzzellen und diese Querverbindungen, diese Fasern, da verschmelzen die Zellwände, wenn sie miteinander in Kontakt kommen und so entsteht eine starke Matrix und der Pilz umhüllt diese Matrix. Das ist das Mycel. Das Ganze wächst auf Sägemehl und so entsteht das Mycel. Sie sehen die äußere Haut und die Perforierungen oben. Da kann man in die Matrix hinein blicken. Es ist überhaupt kein Holz mehr vorhanden, völlig verdaut und eine hundertprozentige Biokonversion findet durch den Pilz statt. Wenn man mit Holz beginnt, hat man nach einer bestimmten Zeit reinen Pilz. Das sind Pilze, die in diesen Säcken gewachsen sind. Das sind das Soma unten, die mycelartige Struktur und dann die essbaren Früchte. Und diese Früchte entlassen wieder ihre Sporen in die Luft. Ich werde Ihnen die Dinge jetzt nicht chronologisch zeigen. Das ist eine Form, in der die Pilze gegossen werden. Und das ist ein, man kann das aus der Form herausdrücken. Man lässt das zwei, drei Tage oder eine Woche wachsen. Die Pilze verdauen das Material und es kommt zur Bildung der sie verbindenden Matrix. Jetzt sind sie zusammengewachsen. Man kann sie jetzt trocknen und härten, genauso wie man Holz trocknet. Wenn Holz getrocknet ist, dann ist es tot. Es kann nicht wieder zum Leben erweckt werden. Die Ziele, die ich draußen zeige, sind wie Polystyren, noch zäher eigentlich. Irgendwie wie ein sehr stark verdichteter, harter Schaumstoff. Ich habe eine Schutzbeschichtung angebracht, so wie man es bei Holz macht, kann man das auch beim Pilz machen, wenn man den für irgendwelche Zwecke einsetzen will. Und dann kann man das bearbeiten, genauso wie eine Spanplatte oder wie Holz. Man kann die Pilze auch bearbeiten, solange er noch am Leben ist, also nicht völlig ausgehärtet. Ich habe lokal gezogene, organische Pilze in Kalifornien verwendet, um Holz zu beseitigen. Dieses Holz kommt von Bäumen, die in einem Sturm entwurzelt wurden. Diese Pilze, das greift sich sehr angenehm an. Man sitzt gut drauf und die Teile, wo die Beine dann angebracht werden, sind ganz hart. Das ist mein Studio. Ein Hocheffizienzfilter, aus dem sehr, sehr saubere Luft kommt, das ist absolut notwendig. Die Mikroorganismen müssen alle aus der Umwelt entfernt werden. Wenn ich da arbeite, muss alles extrem sauber sein, von der Decke bis zum Fußboden. Was immer in diesen Raum hineinkommt, muss extrem sauber sein. Auch ich. Und ich selbst bin da das Schmutzigste in diesem Raum. Ich kann alles infizieren. Und ich befinde mich hier in einem toten Raum, der gleichzeitig ein Raum mit enormem Potenzial ist. Ein In-Vitro-Raum. Das ist Yamanaka McQueen. Nach dem Modedesigner McQueen benannt. Das ist die Oberfläche. John Cage, der ja die New York Mycological Society gegründet hat, ist ein Pilzsammler. Und diese Oberfläche entstand durch zufällige Wassertropfen auf dem Mycel. Ein rein zufälliger Prozess, der dazu beiträgt, dieses biologische Gemälde zu schaffen. Das Tier. 2009 hat die Kunsthalle in Düsseldorf mich eingeladen, an der Eat Art, im 25. Jahr der Eat Art teilzunehmen. Und man hat mich aufgefordert, ein Teehaus zu schaffen, wachsen zu lassen. Ich habe 600 Pilzziegel gemacht, wachsen lassen. Und das wird dann zusammengefügt wie Mauerwerk rund um diesen Bogen. So entstand diese Struktur. Meine Frau Monika, die dort den Tee serviert hat an die Besucher. Das ist eines der ältesten medizinischen Produkte, das sehr gesund ist. Und ich glaube, der Ötzi hat, so viel man weiß, sich schon dieses Heilmittels bedient. Verschiedene Versionen der Ziegel. Das sind Polyominos. Das ist ein Ziegel-System, das man in drei Dimensionen extrudieren kann. Und man kann mit diesen fünf Ziegeln nahezu jede Struktur schaffen, die man haben will. Diese Fungi verbinden sich miteinander, wenn sie in Kontakt kommen. Und das wird überhaupt zum festesten, stärksten Teil des Materials. Indem man die Ziegel zusammenfügt, kann man praktisch jede Form schaffen, weil das so gut hält. Das sieht fast aus wie Lego-Steine. Zwei mal vier, ein mal vier, das sind Module, die ich so gemacht habe. Das kann man auch, das sollte man riechen und berühren. Das geht rundherum. Und Sie können aus diesen Stücken ein Haus bauen. Mittels der Holzstücke fügen Sie das zusammen. Ich weiß nicht, wie es mit der Zeit aussieht, ob ich noch weiterreden darf. Ja, kann ich noch weitermachen? Ich arbeite seit 1995 mit diesem Material. Ich hatte in einem Hospiz gearbeitet. Und als die Aids-Krise in San Francisco ausgebrochen ist, sind so viele Menschen daran gestorben. Und 20 Prozent der Studenten, die mit mir studiert haben, sind möglicherweise schon tot. Damals gab es noch keine Antiretroviren für diese todkranken Menschen. Und über die chinesische Medizin bin ich zu den Pilzen gekommen, die dazu beitragen, das Immunsystem zu stärken. Das hat eine lange Tradition. Und die Bezeichnung dieses Pilzes ist angeblich die Bezeichnung für die japanische Pharmakopäer. Man kann so viel davon einnehmen, wie man will und spürt keine Nebenwirkungen. Also ich habe begonnen, mit diesem Material zu arbeiten. Ich habe das als Heilmittel betrachtet, als Werkstoff. Und als ich angefangen habe, dieses Haus zu bauen, 2005, da hatte ich nicht wirklich eine Vorstellung davon, ob dieser Werkstoff sich eignet für ein Gebäude. Aber je mehr ich es getestet habe, desto mehr habe ich gelernt über die unglaublichen Eigenschaften, die es hat. Und ich werde am Montag, wird die American Society of Composites, eine Arbeit von mir, veröffentlicht werden über die Werkstoffeigenschaften. Und die Polymere verhalten sich genauso wie Kunststoffe. Dieses Material braucht 10% der Energie und 10% des Wassers, das man für ein anderes Material brauchen würde. Und es ist völlig biologisch abbaubar. Wenn Sie daraus nicht Tee machen wollen, können Sie das zumindest auf den Komposthaufen werfen. Es gibt bereits ein Unternehmen, das dieses Material kommerziell vertreiben wird. Ich bin da irgendwie von der Kunstwelt in die kommerzielle Welt gelangt. Wir haben um ein Patent angesucht für das Verfahren, das diese hochdichten Materialien herstellte. Und idealerweise sollte dieses Material viele Kunststoffe ersetzen können, die wir heute verwenden. Es ist eine sehr komplizierte Sache. Für einen jungen Menschen, der Künstler werden will, der braucht wahrscheinlich einen Abschluss. Der braucht ein Jurastudium oder auch ein Studium der Biochemie, um das alles verstehen zu können. Die Innovationen, die man schafft, wenn man sie nicht selbst schützt, dann machen das andere. Daher ist es wichtig zu verstehen, wie man das, was man selbst geschaffen hat, rechtlich schützen kann. Wie man sein geistiges Eigentum schützen kann. Und dabei möchte ich es jetzt einmal belassen.